Der Piraten-Spitzenkandidat ist empört. Seine Partei darf nicht zu den Beiratswahlen antreten. Gunnar Christiansen legt deshalb offiziell Beschwerde beim Wahlamt ein. Die Parteien bilden das Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem politischen System. Mit dieser Auslegung des Wahlamtes, wie die das Wahlgesetz auslegen wird, wird das vollständig konterkariert. Die Piraten wollten in 6 Beiräten antreten. Neustadt, Walle, Burg Lesum, Pfarr, Mitte und östliche Vorstadt. Doch der Wahlbereichsausschuss ließ sie nirgends zu. An der Wahl der Kandidaten nahmen zu wenige stimmberechtigte Piraten teil. Die Wahlbereichsleiterin ist davon überzeugt, im Einklang mit dem Wahlgesetz zu handeln und erklärt das weitere Vorgehen. Die Beschwerde wird beim Landeswahlleiter eingereicht. Das heißt, dass der Landeswahlausschuss zusammen mit dem Landeswahlleiter über diese Beschwerde entscheiden muss. Gunnar Christiansen wird also am kommenden Mittwoch erfahren, ob es diesmal wirklich keine Beiratswahl für die Piraten geben wird. Von, von, von! Von, von